Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima und ich hole mir einmal eben die Blume und dann müssen wir dahin. Und ich weiß, in der letzten Folge habe ich glaube ich dieses Lager noch mitgemacht. Das mache ich jetzt heute mal nicht, weil die Folge war Arschlangen. Weil diese mystischen Dinger sind ja doch immer ein bisschen zeitaufwendiger. Dementsprechend gehe ich da jetzt einfach mal hin und mache nur das. Das wird die Folge schon füllen, auf jeden Fall, das weiß ich. Hier ist auch schon wieder ein Vogel, auch das machen wir später. Ich packe die Stimme von dem Typen, ne? Der Vogel hat uns hierher gebracht, also passt das. Soll so, kocherae! Ich weiß nicht, was ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bremst wohl, wa? So, oh Gott. War jetzt nicht meine beste Leistung, aber... Fährt? Nie. Hier, ich dachte eben, ich hab was verstellt. Deswegen bin ich jetzt nochmal ins Menü reingegangen. So, ich hoffe jetzt keine Unterbrechung mehr. Wir müssen jetzt erstmal da runter finden. Ähm, hier waren wir auch, glaube ich, schon mal. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Später. Haben wir auch eine Mission. So, Ariake. Wir sind in Ariake. Mh-hmm. Schön, diese lila Chrysanthemen. Okay. Schön hier. Mich hier mal... Die Vorräte nehmen und bringt es was, wenn ich hier... Nö. Hm, hm, hm. Ja, machen wir so. Wenn ihr meint, ich wäre ein Dieb... Ah, es hieß ja, die Nachfahren verteidigen das immer noch, ne? Ich will nicht töten. Ich will nicht töten. Oh, ich stelle mich gerade scheiße an. Boah. Ach, falscher Knopf. Deswegen. Haha. Ich denke mal, warum pariert er nicht? Da da joie zu, der Woden ist das noch so weit. Ich werde das nachdenken. Da da joie zu, der Woden, der Woden ohne Scheiße, was ich so will. Na, weil ich nicht so weit geht, wenn ich nicht so weit in den夫 anstrengieren könnte... Und den da schloss, das nicht so weit unter der Flote, ist das so weit nachdenken. Ich bin besser. Ich bin für contrainstellen, dass es nur noch nicht ferdig ist. Ein guter Tieren. Le Теперь ist das. Das ist das, was ich in derkryte, wenn manche. Oh Mitch, that's a sign. Oh, 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 that's a sign. Let's go. Okay. Oh, that's a sign. 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 ich kann das nicht blocken so jetzt waren das alle war das eigentlich noch mit den kunais und so ach da haftbombe kunais ja okay und werfen tue ich die nummer wie der 1 das wollen wir nicht pferdchen los wir haben noch einen weiten weg ja da war was ich erinnere mich so langsam auch ans ende ich sag natürlich nichts sorry leute später muss ich doch gleich erst mal nach unten finden da was ein weiter ritt ne so dann war das glaube ich oben auf felsen drauf ach das ist auch noch dieses kommt ja auch noch dieses komische dorf was ja auch noch befreien wollten eigentlich ja ja wussi Oh, warum bin ich tot? Ich hätte mich vielleicht mal nach dem letzten Kampf heilen sollen. Ja, nicht nur der Musikant ist gestorben. Mir gingen auch die Lichter aus. Ja, nicht nur der Musikant ist, sondern auch der Musikant ist. ja ich hab doch kreis gedrückt so dann befreien wir erstmal den musikalischen typen so dann so eine rüstung die einst dem legendären bogenschützen Tadayori gehörte erhöht die geschwindigkeit beim einlegen und nachladen von pfeilen um 15% erhöht die gesamtdauer von konzentration um eine sekunde kopfschüsse erhöhen die konzentrationsanzeige wieder um 25% lassen wir mal an ich glaub da kommt jetzt noch was saabete joray mohko ich kann kassen Hm. He just perished. Uh-huh. Whoa! Ah! Nein! Lass mich mal in Ruhe! Eben. Der war wichtiger gerade. Oh! 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 Aaaaaaah!